Ich kann mir tatsächlich, wenn ich hier oben langgehe, ich hab total vergessen, irgendwie ansatzweise auch nur in die Bäume reinzugucken, ne? Mahalo! Haben wir! Klarbon, okay. Das kann ich nochmal beißen, glaube ich. Wenn nicht, dann wird's jetzt eventuell draufgehen. Es lebt nicht mehr, schade. Oh, das sah aber knapp aus. 17, Level 12 für Trasla, sehr gut. Trasla versucht, Diebeskuss zu lernen. Yes, Sir, Feenattacken sind sehr wichtig. Ich brauche Pokémon mit Feenattacken für später. Für die Drachenarena. Okay, das möchte ich jetzt gerne nochmal haben. Dieses Pokémon, bitte. Teichlauer. So, warte mal. War hier jetzt nicht irgendwo so eine... Hä, hab ich hier nicht irgendwo so eine Glocke gesehen? Okay, ich geh mal erstmal weiter. Monera. Monera. Eventuell spawnt ja nochmal irgendwo das Pokémon hier. Was ich eben gerade da oben hatte. Ich hoffe es. Hab ich dich schon besiegt? Nein, noch nicht. Okay, dann machen wir's jetzt. Oh mein Gott, okay. Okay, ich kann's mir ja tatsächlich nicht sogar leisten. Weil der ja gerade in dem Pokémon-Center in der Nähe ist. Einfach so zu machen. Okay. Schöne Terra-Kristallisierung reingehauen. Und jetzt Zauberblatt auf das kleine Kiechen. War vielleicht ein bisschen Overkill, aber ist mir egal. Da hinten ist noch ein Pokémon. Nee, ein Terra-Pokémon. 1100. Ja, es wird fertig. Oh, es entwickelt sich schon. Endentwicklung. Na, let's go. Poupon Show entwickelt sich. So, jetzt hätte ich Platz für ein anderes Pokémon. Das sieht schon geil aus, ne? So ein Vivilon als Shiny. Erblickt den mysteriösen Land in das Licht der Welt. Im Kampf verstreut es bunt mit einem giftigen Flügelstaub. So. Und das war's, glaube ich, ne? Mehr... Ja, es darf natürlich gerne Winsstoß erlernen. Äh, dafür brauchen wir kein Schutzschild. Stacherspuren darfst gerne behalten, wenn's möchte. Ist jetzt nicht so schlimm, nicht so wichtig. Na? Äh, drei Trainer gegen... Ich hab gegen sechs schon gewonnen, damit krieg ich noch. Achso, was? Ne, ich muss gegen sechs Trainer kämpfen, damit ich den Preis bekommen hab. Drei gegen drei Trainer. Du hast in der sieben Zone drei gegen drei Trainer gewonnen. Achso, ich brauch aber sieben, damit ich was bekomme. Dann lade ich mal ganz kurz mein Terra-Dings wieder auf. Zack. Da gleich nochmal die Attacken wieder auffüllen. Äh, dann... ...habe ich, wie gesagt, jetzt Platz für ein anderes Pokémon. Weil, das werde ich nicht weiter mitnehmen. Äh, nein, nein, nein. Huch. Pocke, wir haben die ganze Rede Pokémon nicht so leicht. Pockeball, okay. Das kenn ich ja schon. Ich hab, das wurde wieder aufgeladen. Sehr gut. Bring, bring. Was ist denn jetzt? Pepper. Hallo, die noch meinen. Man munkelt, dass der Herrscher das in diesem felsigen Gebiet befindet. Aber ich konnte keiner Sprüche nehmen, wenn er ganz oben auf einer Felswand hängt. Mh, okay. Nächstes Klippkotzt jetzt... Macht er das jetzt immer wieder? Geht er mir jetzt immer wieder auf den Sack? Ich hoffe ja nicht für ihn. Das ist auch nur ein normales Schlupfuck. Dadurch, dass der im... Dadurch, dass die im Dingens sind, kann ich dir nicht sagen, ob das ein Shiny ist oder nicht. Weil, wie gesagt, ich weiß halt leider gerade aus dem Kopf nicht, wie so ein Shiny-Schlupfuck aussieht. Wenn man sich hier für das Shiny-Handt und tatsächlich dann noch sämtliche Pokémon nochmal aufrufen irgendwo. Trank. Und Finsterball. Nämlich alles mit. Alles meins. Woher mach ich da? Von da bin ich gekommen, das weiß ich. Ich will jetzt nochmal da hochgucken, in der Hoffnung, dass das Pokémon eventuell gerespawned ist. Weil dann würde ich nämlich gerne dafür Platz machen, in meinem Team. Zwei normale Schlupfuck. Von denen habe ich absolut keine Ahnung, wie das Shiny aussieht. Ich denke so einfach... Ach, da drüben ist das Knife. Die Glocke oder was auch immer das ist. Ich gucke mal weiter, eventuell kriege ich es ja nochmal. Ich hatte ja auch bei den anderen Pokémon bis jetzt immer Glück, dass die nochmal gespawnt sind. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch nicht das letzte davon gewesen sein wird, was ich sehe. Bei dem sieht man wenigstens, dass es grün ist. Einen Pokéball und einen Superball. Ist das da Manky? Das sind Manky. Oh. Cooles Ding. Du hast da ein Pokémon in dir drinne stehen. Willst du nicht erstmal gegen das kämpfen, bevor du gegen mich antrittst? Nein? Okay. Mhm. Dann komm mal ran hier auf den Meter. Pumelo. Okay. Ist das ein Eins-Ist-Bokum oder hat der Zwehr zwei tatsächlich? Oh, da. Auch das noch. Hortet eins. Verteidigung steigt. Spezialverteidigung leider auch. Ich versuche nur mit einer Eins. Zum Glück. Hättet er mit mehr als nur einer Eins gemacht ihren Fessel, dann glaube ich hätte ich ein Problem bekommen. Sober bleibt. And let's go. Und was ist denn ein zweites Pokémon? Ich versuche Dreschtpflege zu nennen. besser als heute weil muss ich das ja noch gucken was da oben auf dem schild sitzt mehr hikel stimmt das gibt es hier ja auch überreste oder was ist das ja los na tiri überreste könnten problematisch werden wir sind nervig ok ich muss gleich anders das war sogar volltreffer ok dann machen wir das jetzt mal anders ok das ist flug nicht feuer kann es denn theoretisch also es gibt bestimmt auch da tierisch wie feuer auf tierisch bekommen können als terrortyp mal weg da mehr häkel mit einem blöden level 18 2727 oh ist ok ein pukwix wurde aktualisiert noch eine gierspenstminze gierspenstminze danke gern so hier waren noch jetzt eben ganz viele minkies die sind nur nachts da wenn ich das jetzt gerade vernünftig sehe also wenn ich das jetzt gerade richtig sehe level 18 und hier vergesse mein pokémon zu heilig geht hier ist keine feuerattacke at least so sorgt bitte dafür dass es zurück schreckt ein damm hier plex was ist denn gerade hier los alter was ist denn hier für pokémon los ok ich werde ihm jetzt einen superball ins gesicht schmeißen kopf warte damit das viel schneller gefangen wird da gibt es ja noch zwei formen von der männliche und der weibliche muss ich ja dran denken sehr gut leufeu wurde gefangen leufeu 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 je mehr ein neuerkörper im geist encountering der stärke gegner heißer wird der medium ok wer hat ein cooles feuer pokémon um ehrlich zu sein aber ok also es gibt tatsächlich pokémon die unterschiedlich zu unterschiedlichen tageszeiten an unterschiedlichen orten auftauchen ok das ist gut zu wissen es gibt in dem tag nacht zyklus tatsächlich unterschiedliche pokémon ok ok nervt mich zwar ein bisschen aber ist ok 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 aber war ja auch zu erwarten noch eine weile und ich bin hier auch hundertprozentig noch wenn es noch mal dunkel wird da würde ich jetzt mal von ausgehen ok als erstes würde ich mir ja mal ganz kurz gucken dass ich hier hochkomme und mir das dammheplex hole das hier irgendwo rumgelaufen ist ok oh da ist jetzt mal noch ein bisschen mehr hiegel was ist das ein mehr hiegel ok das ist schon mal sehr gut ok ok wir wollen das jetzt mal anders weil sie ist ja auch level 18 fassen sich mein main pokémon an oder ok 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 einmal noch ja da bleibt ein bisschen zu schnell ok einmal noch ja da bleibt ein bisschen zu schnell ok ich bin mir die jetzt ein roten Schlag das ist auch ok für mich ja wahrscheinlich nur noch meinen pokémon brauchen ich glaube dass das mehiegel tatsächlich mit meinem level gerade mitgeskalt hat also die anderen halt auch was ein bisschen doof ist sie nicht und mein andere pokémon halt bei weitem nicht soweit sind 16 flieger 14 mehiegel rit pokémon so lange es wasser und sonnenlicht hat kann es Ich weiß, ein Hegel hat auch eine Entwicklung. Wo ist das Dump hier, Plex, hin? Da ist eins. Das läuft ganz komisch. So, wir überraschen das mal. Wenn ich First Strike habe und definitiv das wie oft nicht angreift. Wieso ist das auf der rechten Seite so angriffslustig? Das macht mir ein bisschen Angst. Damit Plex ist sehr, sehr schnell. Damit habe ich gerechnet. Dass es dadurch allerdings gar keinen Schaden bekommt. Damit habe ich nicht gerechnet. Oha. Die Stauner sind bekannt, oder? Die Stauner lässt mein Pokémon einfach angreifen. Uiuiuiuiui, okay. Ich hätte vielleicht einen Superball nehmen sollen, aber ist egal. Oh, ne. Das ist okay. Das sollte instant drin sein. Der Ball hat in der Luft gewackelt. Das heißt, ein Instacatch. Sehr gut. Damit haben wir auch Darmier Plex. Ach, guck mal. Da ist auch eine Weiterentwicklung schon wieder. Da vorne. Vor langer Zeit, als ich zahlreiche natürliche Feinde hatte, soll es stärker gewesen sein und sich aus eigener Kraft entwickelt haben. Okay, das heißt aber, so wie sich das anhört, das ist hier. Ich gucke gleich mal rein in den Pokédex. Aber, wenn ich das jetzt hier aus dem, was ich da gerade gelesen habe, richtig verstehe. Oh, wir haben die neue Stufe. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Denn ich bin ein Vollidiot. Und wir kriegen unsere zehn Überbälle. So. Wo ist das hin? Ich hätte jetzt halt nicht geguckt, welche Nummer es hatte. Da. Nee, hier kann sich, offiziell kann sich Darmier Plex nicht entwickeln. Okay. Äh. Äh. Das war gerade komisch. Okay. Wie gesagt, das hieß eine Entwicklung. Das weiß ich. Ich habe schon gesehen. Brauche ich also nicht unbedingt fangen. Ich könnte, wenn ich wollte. Aber muss ja nicht. Komm ich auch runter. Dann komme ich dann in ein anderes Gebiet wieder. Wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Was sagt denn die? Quatsch. Jetzt habe ich das wieder falsch gedrückt. Ich gebe mir einen Jungen Keks. Komm, muss mich raus. Das ist auch nicht... Das wollte ich haben. Meine Presse. Ja, und genau das da möchte ich haben. Das da. Wo ist das? Hinter mir. Also hier irgendwo unter mir? Kann ich da unten irgendwo rein? Da unten ist definitiv ne Dingens. Wird sehr so, dass sie hier irgendwo sein. Zumindest was die Habitate angeht. Wie die Dummy Plexe laufen, finde ich ein bisschen strange. Bin ich ehrlich. So, dann lass uns mal kurz kämpfen hier. Und dann gehe ich da hinten mal runter. Komm ran, hier müsstest du wandern. Ist das ne laufende Tentacher-Form? Das ist ja wohl ein Witz. Das ist wahrscheinlich... Okay. Tentagra. Also es ist kein Tentax... Also kein Tentacher im herkömmlichen Sinn. Es ist wie dieses... Wie diese Dicta-Dingensbums dann. Und dann bequitzen und dann bequitzen. Könnt ihr aufhören, einmal direkt in mir zu spawnen? Das ist ja wohl Witz. Kraftvorzug. Das ist die Mikroentwicklung. Schweinchen. Maruhita-Schweiß. So Sachen, die will ich eigentlich gar nicht haben. Aber okay, danke. Hä, aber da oben war doch ein Dings angezeigt. Drucktrainer. Dann hier Plex. Habe ich alles? Habe ich alles? Da ist jetzt ein Dingens. Huch. Black. 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 Ich glaube, hier an der Seite war ich noch gar nicht. Wow. Okay. Hinten Maruhita rum. Dann gibt es bestimmt noch irgendwas zu holen. Ich möchte noch nicht ins nächste Gebiet. Aber hier glitzert was das nämlich mit. Sternenschauer. Oh, ich bin rechts daneben, ne? Na, ist ja nicht so schlimm. Ach, hier muss ich ja die ganzen Sachen noch sammeln. Oh, das ist so ein kleines Darmierplex. Oh, da ist ein Manky. Level 19 Manky. Oha, okay. 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 Oh, okay. Okay. Danke. Manky wurde gefangen. Zwei Level-Ups wieder reingepackt, sehr gut. Schweinsaffen-Pokémon. Für wen es gute Stimmung ist, kann es wegen einer Kleinigkeit plötzlich auswachsen und daher gefürchtet. Manky, luck check. Äh, äh, ah! Meine Tiere entwickelt sich, ja, okay. Aber ich finde es gut, dass es nicht mehr in diesem Zwischenscreen geht, sondern dass die Pokémon tatsächlich nicht einfach so im normalen Screen mitentwickeln. Äh, da Tegans. Jetzt ist es auf Feuer. Äh, okay. Oh ja, definitiv. Und da kann der Schwiegel dann direkt wieder raus. Pff. Du, 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 du. Äh, ich muss hier mal kurz einfach mal so drüber fliegen, damit die ganzen Ausrufezeichen weg sind und mir das nicht die ganze Zeit mal anzeigt, dass ich irgendwas Neues im Pokédex drin habe. Oder es geht mir nämlich um Keks. Na, ist das zum Teil Buggy? Man sieht zum Teil Pokémon dazwischen, die man gar nicht hat. Oh Gott, es gibt ja tatsächlich auch was, sowas gibt es hier auch. Na hier, schlägt da. Hmm. Hm. Hm. Hm hm Hm. Hm. Wohooo? Hey, welcher wir gar nicht haben, gerade. Das Gebiet ist doch nicht so übertrieben riesig, wie ein Dormise. Das ist doch auch nochmal ein neues. Komm mal, let's go. Schade, das hat mich leider gesehen. Dormise müsste Boden oder Gestein oder sowas sein. Hm, das ist Level 18. Das heißt, es könnte sein, dass ein Bloodback das vier jetzt einfach mit Headback verlassen. Nee, auch geht doch nicht. Oh no, bitte kein Walzer. Walzer ist shitty. Walzer ist richtig shitty, McTiddy. Das trifft natürlich auch noch den Walzer. Dann machen wir folgendes. Das sollte funktionieren. Ja, okay, perfekt. Ich wollte nicht, dass es nochmal Walzer macht und mir dann mein Pokémon beklatscht. Hey, legalist. Oh, wir lernen was Neues. Samenbomben. Stärke 80, genau. Keine Ahnung, dann nehmen wir uns zu den Samenhalte Schale von oben auf das Zlererpfein. Okay, ich benutze Clown-Betzer eh nicht. Wenn ich zu sein. Und wir holen ein nächstes. Nächste Pokémon raus? Nein, okay. Dormise. Wird es entdeckt, gräbt es sich an deinen Schanzen zu erdreifen? Setzt es seine Flügelein? Kann es ein bisschen schweben? Diese Schuppe. Uiuiui. So, damit es dann gleich wieder komplett voll ist, wenn schon denn schon. Was gibt es denn hier gerade? Da, das, das da möchte ich haben. Wo ist das? Vor mir. Über mir. Über mir. Da komme ich von hier aus natürlich nicht hin. Warum auch? Grrrrk. Irgendwie so ist ganz so ein gutes Gefühl, dass ich gerade direkt in Klebes Arme laufe. Was nicht unbedingt schlecht ist, aber... Ich habe eigentlich gerade noch keinen Bock drauf. Dahinten ist nur noch eine TM. Okay, gut. Grimasse. So, und jetzt wird gefahren. Aber ich hätte da irgendein Pokémon Encounter. Warum? Holy shit. Ist man fett, wenn man auf dem, auf dem Bike sitzt. Man hat ja eine Hitbox von... What the fuck, Alter? Okay. Ich komme jetzt aber bitte nicht gegen die ganze Meute, oder? Nur gegen das eine. Ja, ich komme nur gegen das eine. Ist die. Galagladri. Gucken wir doch mal an, wie viel Schaden so nah. Das macht ja gar keinen Schaden. Liegt vielleicht daran, dass das ein Stahl-Pokémon ist, ne? Ich könnte folgendes machen. Oh, das ist ja, glaube ich, zu viel des Guten. Ne, komm, dann machen wir es lieber anders. Machen wir lieber noch eine Samenbombe. Kannst du mal aufhören, Grimasse zu machen? Die Pokémon ist doch eh schon langsamer als du. Ich verstehe, aber es ist okay. Kann es eventuell nur die zwei Attacken? Ich probiere es jetzt mal mit einem Superball. 22. Sieht gut aus. Sehr schön. Ich habe Angst. Die sehen aus, als wären sie mich gleich angreifen wollen. Tun sie auch. Ja, aber sie können mich nicht angreifen, solange ich noch im... Okay. Gut, ich dachte, sie greifen mich tatsächlich an. Jetzt habe ich mir den Apokédex-Eintrag durchgelesen. Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachholen. Wenn ich denn die richtige Taste drücke, verdammte Axt. Ja, lass mich jetzt raus aus diesem Modus. Die rennen tatsächlich aber auf einen komplett drauf, ne? So. Äh, stark klingend Pokémon. Nach jedem Kampf legt es seine Klingen sorgfältig mit seinen Lieblingswitzsteinen. Scharfe Klingen können seinen Tod bedeuten. Und scharfe Klingen können seinen Tod bedeuten. So, jetzt schnell weg da. Okay, man kann aber auch, wenn man einfach nur drüber fährt, Sachen aufsammeln. Das ist schon mal gut zu wissen. Hobelupf und ein Hobelupf und ein Hobelupf. So, und hier vorne. Kratsch. Mann, warum drücke ich denn immer die Taste? Obwohl ich in die Karte rein möchte. Ja. Da. In einem Ziel hat er angekommen. Habe aber nicht das Ziel Pokémon gefunden. Kann es sein, dass es nur nachts kommt? Und wenn ja, warum ist die Nacht hier so kurz? Uh. Und sie so kitz. Das sieht aber für den Herbst. Sieht so kitz aus. Sehr komisch aus. So rosa. Okay. Blattberg. Oh, Vegetarier. Uh. Okay, wir haben viel Spaß miteinander gleich. Habe ich gehört, sie so kitz. So, gleich nochmal. Sieht so komisch immer nur meinen Finger zu sehen, der da irgendwie sagt, so mach mal. Ah. Aber es ist halt einfach, glaube ich, das Standard-Saiso-Kipps für den Herbst, glaube ich. Danke. Diese Kitz gibt es ja in vier Formen, für den, für jeden, für jede Jahreszeit eine. Uh. Kabel, dein Teckel. Trassler versucht Teleport zu lernen. Nein, danke. Und Kabel, dein Teckel. Normalpflanze, Frühlingsform, ah, sie, Frühlingsform, sorry. Stimmt, die Herbstform ist brauner. Es sieht zwar niedlich aus, frisst aber gerne junge Pflanzentriebe. Bei Landwirten ist es daher nicht sehr beliebt. Zack. Zack. So, ich bin ja eigentlich für ein komplett anderes Pokémon hier, ne? Bist du ein Rekord? Du bist ein Kramox! Ja, komm, ist egal. Kriegen wir auch so hin. Du bist ein Kramox! Dunkelnebel ist scheiße. Ah, ne, warte mal, stopp, das ist nicht der, das ist der falsche Nebel. Ja, mach du mal weiter, Dunkelnebel, das ist totally fein für mich. Du hast nämlich keine Statusveränderungen, von daher. Ist das okay für mich? Einmal noch bis, jetzt bitte kein Volltreffer landen. Okay, du darfst ein Volltreffer landen, aber bitte genau so, danke. Sorry, Geschreck, das kann ich handeln. Das ist perfekt, dann kriegt sie jetzt nämlich noch einen schönen Ball ins Gesicht. Ja, okay. Achso, warte mal, stopp, das ist ein Club Pokémon, deswegen hängt der überall in der Luft. Ich hasse das, ne? Oh, Windstoß. Das kann also noch eine andere Attacke, glaubst du wissen. Oh, wow, entspannen Sie sich bitte. Das ist jetzt am Nacht, das ist gut. Ja, fangen wir zur Zeit, wenn wir super wollen, das ist auch okay. Willst du mich verarschen, Kramrox? Du trollst mich doch gerade, du kleines Mistvieh. Okay, dann halt so. Das ist ein Witz. Das ist ja wohl gerade ein kompletter Witz. Level 17 Kramrox lässt sich gerade einfach nicht fangen. Das ist komplett broken. Holy shit, was soll das denn? Das ist ja wohl gerade ein kompletter Witz. Danke. Holy shit. Alter Schwede. Ei, 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 ich fliege so Slam zu erlernen. Kann verliehen nur noch irgendeine blöde Attacke? Giftspitzen, Töcke. Ja, komm, das macht weniger Schaden. Alter. Holy moly. Mistvieh, öffne die Box mit dir. Quatsch. Irgendwann kriege ich das nochmal hin mit dem Box, äh, mit dem Items aufmachen und so. Aua. Zwei Tränke, das ist okay. Knacken wir uns mal als nächstes den Trainer vor. Okay. Das ist eigentlich ganz gut für mich, weil das ist... Eigentlich ja Wasser und Boden, glaube ich. Schmerb ist halt auch so ein Pokémon, das gibt es auch schon in zwei Milliarden Editionen mittlerweile, ne? Holy moly. Alter Schwede. Ein Knitz. Na, dann kommen wir noch ran hier. Ja, machen wir versuchen mal Egesam zu machen. Das ist keine Wirkung auf meinen Pokémon. Sehr gut. So muss das sein, ne? Man muss hier das Knitz angucken, böse, und dann bleibt es drinnen. Bei Gefahr schützt es sich, indem es giftige Sporen aus seiner Kopfspitze freisetzt. Und ab damit in die Box.